Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie gemessene Lastprofile in Polisern einlesen können. Um gemessene Lastprofile in Polisern einlesen zu können, gehen Sie am besten folgendermaßen vor. Sie definieren zunächst Ihr Gesamtsystem, das heißt Photovoltaikanlage, Batterie, insofern diese vorhanden ist, Netz und Eigenverbraucher beziehungsweise Verbrauchsprofile an sich. Üblicherweise sind hier schon bestehende Verbrauchsprofile hinterlegt. Das ist ganz gut, weil diese Verbrauchsprofile geben zunächst den Rahmen vor. Wir haben hier ein Verbrauchsprofil für einen Haushalt und ein weiteres für einen Kompaktwagen. Diesen zwei Verbrauchsprofilen soll ein drittes hinzugefügt werden, da das Gebäude, was wir betrachten, zusätzlich auch noch mit analysiert werden soll und da ist es so, dass eine Luftwärmepumpe vorhanden ist. Anschließend gehen Sie in das zusätzliche Verbrauchsprofil mit einem Doppelklick rein und es eröffnet sich die Tabelle für die Verbrauchsprofile. Je nachdem, ob das Ganze dann auf Stunden oder 15 Minuten Basis vorliegt, können Sie sich hier eins dieser CSV auswählen, die auf eine entsprechende Datei verknüpft. Ganz konkret bedeutet das, Sie kopieren den bestehenden Eintrag und geben einen Namen vor. Das heißt, das ist das System Luftwärmepumpe. Anschließend klicken Sie auf den Stift und können hier hinten diese Datei, die jetzt benutzerspezifisch erzeugt worden ist, öffnen. Es öffnet sich in Polizan nun eine Datei, die aus zwei Spalten besteht, einmal einer Zeitspalte. Die ist immer in Sekunden und man kann sehr gut sehen, 0 bis 3600. Das Profil ist offensichtlich auf Stundenbasis. Außerdem wird ein Verbrauch in Kilowattstunden vorgegeben, der in der entsprechenden Stunde des Jahres stattfindet. Außerdem gibt es eine Datei, das ist die Messdatei. Die sieht möglicherweise so aus. Die habe ich vom Energieversorger bekommen. Das sind jetzt die Werte, die energetischen, die von der Wärmepumpe aufgenommen wurden. Das heißt, in den ersten sieben Stunden des Jahres war die Wärmepumpe aus, dann lief sie, war nochmal aus und lief teilweise wieder. Diese Werte, das ist jetzt das, was wir übernehmen müssen. Das heißt, man kann das Ganze jetzt kopieren, alles markieren. Und ganz wichtig, es muss kontrolliert werden, dass auch die Anzahl der Stunden stimmt. Also es müssen 8760 Stunden sein und es darf keine Stunde fehlen. Ansonsten ist diese Datei dann später nicht mehr verarbeitbar und es kann zu keinen Resultaten kommen. Also, diese Spalte wird kopiert und wir fügen sie ein in unser Vorgegebnisfeld. Übernehmen die Daten. Wichtig ist jetzt, was ich vorhin gesagt habe, noch einmal kontrollieren, dass auch möglich alle Daten vorhanden sind. Okay. Die Anzahl an Zeilen ist identisch. Eine weitere Fehlerquelle, die ausgeschlossen werden sollte, ist, dass diesen Punkt, den Sie hier sehen, das wird in der Schweiz verwendet als Trennzeichen. In Deutschland und Österreich nutzt man da ein Komma. Das muss analog im Polyzone eingestellt werden. Ansonsten gibt es natürlich eine Verschiebung der Ergebnisse. Wenn das eingegeben ist, kann das Ganze gespeichert werden. Und wir haben hier hinten das entsprechend verknüpft. Können mit OK bestätigen. Und jetzt geht es nur noch darum, den Jahresverbrauch zu definieren. Wie viel Energie nimmt die Wärmepumpe tatsächlich auf? Das kann entweder gemacht werden, indem man eine Null eingibt und auf ein anderes Feld klickt. Denn dann wird dieser Wert initialisiert. Das heißt, jetzt wird der Wert aus der Excel, aus der CSV genommen. Und man kann es sich hier auch nochmal schön anschauen. Die Summe aller Werte ist 3039. Also das ist die gesamte aufgenommene Energie der Wärmepumpe. Wenn Sie davon ausgehen, das Jahr ist vielleicht nicht so kalt gewesen wie ein durchschnittliches Jahr, könnte man diesen Wert auch noch nach oben korrigieren oder einen gewissen Sicherheitszuschlag geben. Anschließend bestätigen Sie mit OK und führen die Simulation aus. Die Simulation möchte ich ausführen über die grafische Auswertung. Weil da können wir uns gleich sehr anschaulich anzeigen lassen, wie denn der Verbrauch auch wirklich stattfindet. Also wir gehen in die elektrische Verbraucher und können den elektrischen Verbrauch der Profile uns anzeigen lassen. Die Achse noch skalieren. Und hier sehen wir jetzt alle drei Profile überlagernd dargestellt. Das heißt, das Haushaltsprofil, den Kompaktwagen und die von uns eingelesene Wärmepumpe. Eine weitere Kurve, die in diesem Zusammenhang relevant ist, wäre von dem Modul fällt, die erzeugte Energie. Und auch da sehen wir sehr schön, dass beide Kurven eher gegenläufig sind, aber es wird dennoch zu einem relevanten Eigenverbrauch kommen. Und das ist die Schnittmenge der zwei Kurven. Auf Jahresbasis sieht das noch relativ gut aus. Da sieht es auch so aus, als würde es hier eigentlich rund um die Uhr Energieerzeugung geben. Wenn man dann in das Detail geht, zum Beispiel in die Woche 5, dann sieht es etwas anders aus. Das liegt einfach darin, auf Jahresbasis wären Extremwerte abgeschnitten. Also Sie müssen wirklich, um eine genaue Analyse machen zu können, hier in die einzelnen Zeiträume reinzoomen, die Sie interessieren. Damit möchte ich das Video beenden und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.